So, bitte noch mal Riesenapplaus, den habt ihr in den ersten Job schon gesehen, Alex Supertoff. Und er tritt an gegen den Typen, warum ihr wahrscheinlich hier seid, Shark Shapira. Und weil er 100.000 Follower auf Twitter hat, lassen wir ihn entscheiden, wer anfängt. Ja, ich geb dir das. Applaus. Danke. Leute, wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil Pasunen muss wieder auf die Rehwaller seinen Job machen. Achso, ich entscheide, wer anfängt. Le, fang du an. Bitte, wenn du möchtest. Okay, ich fang an. Ich möchte nur sagen, ich bin seit Jahren ein großer Fan von Shark, deswegen ist das eine große Ehre für mich, dass ich ihn hier jetzt roasten darf. Und deswegen wünsche ich auch, wir hätten es dann am anderen Tag gemacht, weil wir hatten gerade jetzt die Zeitumstellung. Und ich glaube, Shark ist ein bisschen grantig deswegen, weil er hatte letzte Nacht eine Stunde weniger Zeit, um Teenager auf Twitter zu mobben. Und dafür lebt er. Das ist sein Lebenslix hier. Also ich mache das ja zum ersten Mal so ein Ding. Und ich muss sagen, es ist schon ein bisschen unangenehm. Also ich will eigentlich meine Fans nicht beleidigen. Wir sind es gewohnt. Ja, also, manche von euch kennen Alex, aber für die, die nicht mit ihm verwandt sind. Alex, Alex, Alexes Karriere hat begonnen, als er es geschafft hat, einen Top-Kommentar auf meiner Facebook-Seite zu verfassen. Das war auch ein guter Top-Kommentar, von denen zehn Likes gekriegt. Ja, ja. Ich weiß, ich bin viel weniger berühmt als du. Ich weiß, dass dich das viel mehr aufregt. Viel weniger. Also wirklich. Aber ich weiß auch, dass dich das viel mehr aufregt als mich, weil für mich ist das hier in jederlei Hinsicht ein Weg nach oben. Und du wirst einfach jede Sekunde weniger berühmt, wenn wir zusammen auf der Bühne sind. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sehr ich das ankotze. Es stimmt, du wirst mit diesem Rose mehr Follower bekommen, als du jemals mit irgendwas Eigenem bekommen hast. Aber du machst es echt, Alex, du machst es echt gut. Du wirkst gar nicht aufgeregt so. Es ist nicht schlecht. Alex, wisst ihr, Alex hat alles, was ein Comedian braucht, um Dachdecker zu werden. Er hat aber noch so viel weniger, er hat zum Beispiel ein YouTube-Format. Das hat niemand. Alex hat ein YouTube-Format, das heißt schnell erklärt, das ist super. Und da lädt er jede Woche Videos hoch und schafft es, in nur wenigen Sekunden zu erklären, warum er von Comedy nicht leben kann. Ja, stimmt, das stimmt. Ich habe viel, viel weniger Geld aus zu. Aber ich brauche es auch nicht. Ich bin kein Jude. Ich kann auch andere Sachen essen außer Geld. Also Shahak... Ach, du bist noch nicht fertig. Nee, das war nur mein Comback. Okay, nee, mach mal. Manchmal lachen sie über das Comback. Shahak wird immer dargestellt als Jude halt in den Medien. Aber er ist Atheist, ist auch offener Atheist. Und das liegt aber nicht daran, dass er nicht mehr an Gott glaubt, sondern daran, dass er einfach so arisch aussieht, dass seine Vorhaut immer wieder zurückwächst. Er will einfach nicht so oft zur Beschneidung wie Ben Schmid in Puff und seine Freundin zu betrügen. Viel zu, viel zu anstrengend. Wisst ihr, als ich Alex zum ersten Mal getroffen habe, das war hier auf einem Open Mic in Wedding. Und er kam zu mir. Das Erste, was er gemacht hat, war, mich nach einem Selfie zu fragen. Und danach, und das ist eine echte Geschichte, danach hat Alex angefangen, mir Comedy-Tipps zu geben. Und nein, ich habe mich gefreut, wisst ihr, ich habe mich schon immer gefragt, wie schaffe ich es, vor 30 statt vor 300 Leuten zu spielen. Wie kriege ich es hin, wenig bis gar keine Gage für meine Auftritte zu bekommen. Und wenn ihr wollt, er bietet das an, er macht Comedy-Unterricht, kostet nur 20 Euro. Also für ihn, ihr kriegt die 20 Euro. Ja, ich habe auch eine Story über den Abend. Weil wir saßen, das war mega cool für mich. Ich habe abgefanboyt, wir saßen eine Stunde zusammen in einem leeren Raum. Und ich habe Schalke irgendwann gefragt, wie hat das eigentlich bei dir angefangen? So, wie bist du berühmt geworden? Weil ich kenne ihn halt nur jetzt, nicht von früher. Und da hat er zu mir gesagt, ich will nicht drüber reden, google mich. Wir saßen seit einer Stunde zu zweit alleine in einem Raum. Google mich. Seitdem kann ich mir nicht vorstellen, also ich kann nicht auch aufhören darüber nachzudecken, wie romantisch ein Date mit Schahak sein muss. Und ich so, hey Schahak, was sind zu deinen Hobbys? Check meine Twitter-Follower. Was isst du so gern? Folge mir auf Instagram. Schahak ist so ein gieriger Jude, er gibt dir nicht mal Informationen. Ja, da kriegst du sie mit den Judenwitzen, ne? Ja, da lacht ihr, ne? Spastis. Apropos, ich freue mich, dass du das Thema Google gebracht hast. Weil ich musste irgendwie recherchieren, wisst ihr? Das ist das Problem. Ich roste hier Leute, die kein Schwein kennt. Und Google ist da das Einzige, was ich habe. Und ich habe hier fünf Dinge aufgezählt. Ne, vier Dinge, die auf Google mehr Suchergebnisse bringen als Alex Uppertow. Nummer eins, Vero. Nummer zwei, Pasun Aschhand. Nummer drei, das Wort... Lach-Emoji. Nummer vier, Schahak Shapiras Vorhaut. Verstehst du, meine Vorhaut ist relevanter als du. Und sie ist nicht mehr da seit 30 Jahren. Wie weißt du, ich freue mich jetzt einfach für Pasun, ey. Schahak hat einen Witz darüber das Aussehen von dem Rapper Flair gemacht. Und Flair hat ihm darauf Schläge angedroht. Was ich echt schwach finde. Weil wenn Schahak einen Witz über dein Aussehen macht. Schahak bietet genug Hankersfläche. Ich meine, jedes Foto von Schahak sieht aus wie Werbung für ein Online-BWL-Studium. Und Flair ist nichts eingefallen. Schahak hat die Stimme von Dieter Bohlen und den Friseur von Donald Trump. Und Flair ist nichts eingefallen. Schahak sieht aus, vor allem mit seinem Bart, wie Oliver Pochers Midlife-Crisis. Und Flair ist nichts eingefallen. Schahak sieht aus wie die schwule Version von Harpe Kerkeling. Und Flair, deutscher Rap ist tot. Thank you. Alex ist der einzige Russe, der gerade keinen Erfolg in sozialen Medien hat. Ja, aber es ist auch der Grund, warum die mich dich roasten lassen. Weißt du, die ganzen Deutschen waren so, oh, Juden roasten. Das lassen wir mal lieber die Juden, die Russen machen. Das sieht ja nicht gut aus. Was müssen wir Russen eigentlich noch alles machen? Wir müssen für die Amis wählen gehen. Wir müssen jetzt für die Deutschen roasten. Also als nächstes müssen wir den Schweizern erklären, wie man Löcher in den Käse macht. Lasst uns in Ruhe. Wie viele Witze hast du von Twitter genau geklaut gerade? Alter, wenn ich das hier gewinne, bin ich besser als ein CDF-Autorenteam. Deswegen würde ich mal ganz leise sein. Das wäre schön, wenn ich ein Autorenteam hätte. Alex, für mich bist du, du bist für deutsche Comedy das, was Pietro Lombardi für Musik ist. Seltsam und widerstehlich? Nein. Hast du noch einen? Ja, ich hab noch einen. Okay, ja, mach. Ja, ich hab noch einen. Okay, Schahak und beide, wir sind beide sehr große Rap-Fans. Wir stehen beide auf Rap. Nichtsdestotrotz, Alex Ruppertopf, Schahak, Shapira. Das sind beides so Namen, mit denen man ganz schlecht reinen kann, wisst ihr. Aber nichtsdestotrotz, ich bin letztens in die Bahn eingestiegen und da saß Schahak in so einem Viersitzer mit einer Bong und einem Kasten Bier. Und ich hab gesagt, hey, was ist das? Schahak, Shapira? Und er sitzt in dem Vierer? Und er sagte, hey, Alex Ruppertopf, komm, rauch mal einen Superkopf. Und ich sagte, ich weiß nicht, Schahak, Shapira, ist denn noch Bier da? Und er sagte, ich bin Schahak, Shapira, bei mir ist immer Bier da. Aber Alex Ruppertopf raucht erstmal das Grasloch. Also rauchte Ruppertopf das grässliche Grasloch. Und Shapira trank weiter, bis da kein Bier war. Und wir kotzen die Bahn voll, wie die letzten Verlierer. Und dann schob Shapira sein Schahak in Alex Ruppertopf's A-Loch. Wie ein Meister Rosettenpolierer. Nein, nein, nein. Danke, danke für den Alex, für den Poetsch wie schlimmer, Alex. Ich fand das auch gerade egel. Klatsch, bitte nicht. Ich fordere keinen Applaus, nur dafür, dass ich existiere. Ich bin nicht Israel. Da klatscht ihr. Israel-Kritik. Alex sieht aus wie Peter Pan, der doch erwachsen wurde und alle Kinder im Nimmerland vergewaltigt hat. Okay, wir sind schon bei sieben Witzen oder so. Wir können weitermachen, ich hab 200 Schacht. Ich find's auch lustig, weißt du, Russland... Ich hab monatelang geschrieben. Ja, was? Nee, erzähl. Let's a joke? Ja, pass, du musst, ne? Hier, Drogen. Ja, okay, okay. Ja, weißt du, was... Das ist jetzt schon wirklich bewertet. Manchmal frage ich mich, auch als Fan von dir halt, braucht Deutschland wirklich noch einen jüdischen Comedian, der Deutschen mit dem Holocaust ein schlechtes Gewissen macht? Jedes Mal, wenn Shahak einen Erfolg feiert, dann versuch die Karriere von Oliver Polak, sich im Grab umzudrehen. Aber sie kriegst nicht hin, weil es so fett ist. Es ist schwer für ihn. Ja, war das ein Witz gegen mich gerade? Wie gesagt, es ist schon B-Material. Wir sind schon weit über die fünf hinaus. Du denkst, dass du... Du glaubst, dass du jetzt erst beim B-Material angekommen bist. Ja, weißt du, lass uns doch mal unseren Applaus zählen vor all deinen Fans. Vielen Dank! Applaus! 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 Vielen Dank.